Der FC Bayern-Bus Ist das ein FC Bayern-Bus? Fan-Bus? Ist das ein FC Bayern-Fan-Bus? Wie heißt denn der Fan-Club? Rot-Weiß Hochwald Und wo sind die zu Hause? Oh, keine Stimme mehr Entschuldigung Ja, 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 wahrscheinlich Das ist ein Saarland Das sind wie viele Kilometer? 400 Das ist fast, ja, fast das Doppelte wie nach München Wie war das Spiel, wenn ich fragen darf? Spiel war gut Für die Nürnberger war es in Ordnung Für die Nürnberger war es in Ordnung Naja, es hätten ja auch drei Wie sagt man? Drei Punkte werden können Na gut, jeder hat seinen Punkt Mr. Easy Credit kommt auch noch gefahren Den kennen Sie? Oder darf man du sagen? Ja, sicher Ja, ja Schauen wir mal, wenn ich aus Amerika zurückkomme Dann kennst du wahrscheinlich doch nur der eine oder andere mehr Es muss nicht unbedingt groß in der Größe sein, sondern Ich muss sagen Ich bin selbst ein Zweirad-Helter Wo man arbeitet Sie? Ja, ich selber Oh, wo? Ja, wo sie glauben Ja, ja, aber in welcher Stadt? Ja, in Wadern Wie bitte? Wadern Wadern Das ist ja interessant Im Wadern Im Saarland Zwischen Saarbrücken und hier So dazwischen Okay, und wie heißt dieser Shop? Ja, Zweirad-Zubehör-Kräme Zwei-Rad-Zubehör-Kräme Gibt es da eine Homepage? Nein, leider nicht Noch nicht? Aber ich gebe Ihnen meine Visitenkarte Wenn Sie die Videos haben wollen Einfach Einfach Ich sehe so hier die Fahrersache Das passt Der ist auch sehr wichtig Wer ist das? Haben Sie ihn erkannt? Ja, das ist schon gut Das ist der Pelé Das ist der Pelé Das ist der Pelé Der ist nicht der Pelé Mobil-Adi Richtig, genau Genau, genau Und den kennen Sie auch? Wenn ich fragen darf, also ich helfe auch gerne. Ach, der Heerstyle. Ja, richtig, genau. Ja, Jobi, klar, kennt man auch. Und demnächst auch Clooney. Also nach Möglichkeit, alle Präsidenten, Schauspieler und Sportler dieser Welt zu treffen für einen Film. Und dann schicke ich an Zweirad, 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 Krämer, Krämer, atfreenet.de, gut. Da schicke ich Ihnen einen Link rüber. So verbindet Kommunikation FC Bayern von einem Bus zum Fan und zurück für mehr Mensch. Ja, ich wünsche auch noch eine gute Reise. Ja, das ist wichtig, weil auf diesen Kilometern kann immer etwas geschehen. Und was sind das für Bikes, die da drin sind? Mountainbikes und andere da. Und welche Gattung oder Reihe von Mountainbikes, wenn ich fragen darf? Schwalbe. Von Schwalbe gibt es Maulenbikes, aha. Ja. Flüssigerräder, Firma Flüssiger. Und Schwalberräder. Ich dachte, ich habe gedacht, da gibt es nur die Reichen davon. Ja, 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 von der Firma Flüssiger gibt es da Fahrräder. Ah ja, okay, gut. Und verkaufen Sie es auch im Internet oder nicht? Nein, eigentlich nicht. Nur so ein normaler Shop. Wenn ich da in der Nähe bin, welche größere Stadt ist denn da? Das ist doch in der Nähe vom Herrn Lafontaine, ne? Ja, Saarbrücken, Baden und so die... Saarbrücken, ah, okay. Baden, Baden, Trier und Saarbrücken. Trier, mhm. Dazwischen. Trier kenne ich vom Tennis, ja. Dazwischen so, dazwischen. Dazwischen Trier und Saarbrücken, das war der. Und der Fanclub heißt Rot-Weiß... Rot-Weißer Hochwald. Rot-Weißer Hochwald. Rot-Weißer Hochwald. Und das ist der Fan, der Bayern-Fan. Und welches Statement darf ich bitten um Herrn Hoeneß, der Manager, der, ja, über die Grenzen hinaus? Herr Hoeneß hat seine Arbeit gemacht. Er ist seit 30 Jahren Manager, der hat seinen Job gemacht. Mehr kann ich ja so sagen. Das war ein guter Mann. Gibt wenige von dieser Gattung? Ja. Nee, das war nicht so. Jeder Verein wäre froh, wenn er so eine hätte. Ja, alles klar. Darf ich fragen, warum immer neuer so angedeutet wird, mal positiv, mal nicht. Weil das darf man ja nicht bringen, dass man einfach einen, obwohl man überhaupt keinen Dialog hatte, ihn nicht so kennt, gleich agitiert, also beschädigt. So führe ich das. Warum braucht der FC Bayern ein Neuer? Keine Ahnung. Es gibt keinen Fan durch, der da eine andere dabei ist. Ach so. Der Hut oder der... Der war sehr... Der war sehr... Ja, ja, ja. Der Top-Torfer, der Raum, Braumadoner, Rödenwitz, neue Varianten. Na ja, okay, ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht der entsprechende Trainer bin, aber... Ja, ich auch nicht. Aber es ist alles, äh, Politik. Politik. Ja, ganz gut. Das ist mal ein geiles Fahrrad. Ja, es wird noch interessanter, wenn es bei Mohamed Ali versteigert wird. Das ist wirklich... Wenn der Film fertig ist, ne? Bis sie die Spur aufmachen. War das Stadion restlos dicht, ne? Voll. Man hat es teilweise gehört, aber nur, wenn Positives von Nürnberg, vom Spiel zu sehen war, glaube ich, weil ich war Außenseit. Also, outside von außen und hab da die Emotionen aufgenommen. Wieso wärst du ohne Helm? Entschuldigen Sie, Herr Polizist. Eigentlich müsste ich auch einen Helm aufziehen, wenn ich auf dem Gehweg mich bewege, weil vor zwei Wochen und vor ungefähr drei oder vier Monaten ist auf dem Gehweg von oben vor drei, vier Monaten war es mit Schnee, ja, war es mit Schnee und jetzt ohne Schnee sind zwei Ziegeln runtergekommen. Also müsste ich eigentlich, wenn ich auf dem Gehweg gehe, einen Helm tragen. Eher als in der Straße. Aber sehr aufmerksam. Danke. Der etwas andere FC Bayern-Fanclub. Herr Hoeneß, waren Sie da schon mal bei dem? Mal schauen, vielleicht ist man auch da mal. Weil vor Weihnachten fahren Sie doch immer zu den einzelnen Clubs mit den Spielern und überraschen die. Das weiß ich. Also, das macht der FC Bayern. Der macht da eine große Pflege oder eine schon lang anhaltende Pflege, Ferienpflege. Ja. Ich würde jetzt nach Nürnberg und gucken, was da ab geht. Da ja jetzt in Nürnberg die jungen Wilden da so richtig da reinknallen, wäre für den FC Bayern sehr interessant, für da mal reinzugucken. Dann wünsche ich für die Kilometer einen guten Nachhauseweg. Ruhwertalreisen. Ruhwertalweg, das ist ein ganz guter Weg.